Taxi bellen auf der richtigen Spur Mami, Mami, Brigitte Willer und ich fahren mit dem Wohnwagen los. Ihre Erzieherin kommt mit. Wir wollen Uli suchen. Er ist schon wieder weggelaufen. Moment, Moment, wovon in aller Welt redest du, Trixi? Uli, Frank ist der Großneffe vom alten Herrn Frank. Der alte Herr Frank ist gestorben und Uli ist Alleinerbe. Ach, man hat also endlich die Erben gefunden. Als Papst und ich an die See fuhren, suchte man noch nach der Witwe und ihrem Sohn. Uli's Mutter ist tot und von seinem Stiefvater ist er weggelaufen. Der hat ihn geschlagen und schlecht behandelt. Brigitte und ich haben Uli gefunden in dem alten Landhaus. Wir haben ihm immer etwas zu essen gebracht. Nun ist er auch von da weggelaufen. Stell dir vor, Mami, das alte Landhaus ist heute Nacht bis auf die Grundmauern abgebrannt. Na, das morsche Haus muss ja wie Zunder gebrannt haben. Bei dem Wind hätte das Feuer leicht auch auf unser Haus übergreifen können. Ja, davor hatten wir auch Angst. Besonders die Feuerwehr. Du, Mami, als Brigitte und ich heute Morgen noch mal bei dem abgebrannten Haus waren, trafen wir Herrn Rahn. Wer ist denn nun wieder Herr Rahn? Das ist doch der Vermögensverwalter von Herrn Frank. Er sucht auch nach Uli. Auch? Ja. Du, Brigitte und ich wollen mit Villers Wohnwagen eine Suchaktion starten. Bitte, Mami, sag, dass ich mitfahren darf. Bitte. Fräulein Trasch, Brigittes Hauslehrerin fehlt sehr sicher. Sie ist eine unheimlich nette Frau. Und Brigittes Eltern haben es auch erlaubt. Da kann Herr Rahn sich aber freuen, so tolle Hilfe gefunden zu haben. Na ja, wenn Brigittes Eltern nichts einzuwenden haben, kann ich wohl auch nicht Nein sagen. Ich verstehe nur nicht, warum Herr Rahn keinen Detektiven eingeschaltet hat. Da denkt Uli, das hat seinen Stiefvater ausgeheckt und dann verschwindet er auf Nimmerwiedersehen. Aha. Wenn er aber hört, dass zwei nette Mädchen ihn suchen, wird er keine Angst haben, was? Genau, er vertraut Brigitte und mir. Aber vor seinem Stiefvater hat er eine höllische Angst. Meinetwegen, fahr mit, Trixi. Wir wollen doch alle Uli helfen. Wie lange wollt ihr denn wegbleiben? Noch nur ein paar Tage. Wir ahnen schon, wo er stecken könnte. Er will später mal ein Lager einrichten für Waisenkinder. Dann lauf los, mein kleiner Detektiv. Pack deine Sachen zusammen. Juhu! Trixi rannte so schnell sie konnte den Hügel hinauf zum Herrenhaus der Familie Villa. Und wenig später saßen die Mädchen zusammen mit Fräulein Trasch in einer großen silbergrauen Limousine. Trixis irischer Setter Tobi und Brigittes Spaniel Fipps waren auch mit von der Partie. Ach, tut mir leid, Kinder, dass wir wie die Schnecken kriechen. Ich habe das Gefühl, als ob ich einen Elefanten schleppen muss und keinen Wohnwagen. Ach, Fräulein Trasch, wir haben Trixi noch nichts erzählt von dem Platz, der unser Stammquartier wird. Ah ja. Siehst du hier auf der Karte das kleine Dorf, Trixi? Zeig mal. Ja. Hier liegen einige Bauernhöfe. Und das, da ist der Campingplatz Autostadt. Gar nicht weit davon ist eine Reitschule. Da können wir Fähre mieten und zu den Lagern reiten, von denen Uli uns erzählt hat. Die Lager Tannenschlucht und Ochsenhof sind ganz nah. Der Binsenkorb liegt etwas weiter weg. Das wird ein Mordspaß. Überall hinreiten. Uwe, Gitte, ich freue mich. Es dauerte nicht mehr lange und sie fuhren auf den kleinen Campingplatz. Der Besitzer wies ihnen einen Platz neben einem großen roten Wohnwagen zu. Ein Mann mit struppigem schwarzen Haar kam gerade heraus. Rubin steht an der Eingangstür. So sieht der Wagen auch aus. Komisch. Wie kommt ein so armer Mann in einen solchen tollen Wohnwagen? Vielleicht ist es nur der Fahrer. Guck mal da. Wo? Ein kleines Mädchen schiebt sich vorsichtig durch den engen Türspalt. Oh, das süße Hündchen. Das ist mein Hund. Nein, mein Hund. Alle schwarzen Hunde gehören mir. Susi. Susi, komm sofort herein. Du weißt doch, dass du nicht mit fremden Leuten sprechen darfst. Ich komm nicht rein. Ich mag nicht im Wagen sein. Susi, hörst du wohl? Marsch hinein mit dir. Aber ein bisschen Dalli. Hopp, hopp. Oh je. Und hast du schon mal eine so komische Familie getroffen, Brigitte? Alle waren im Wohnwagen eingeschlossen. Und das Bebe auf dem Arm der Frau sieht ja zum Erbarmen aus. Hoffentlich kriegt es jetzt Milch. Wir sehen alle verhungert aus. Trotzdem müssen sie ja Geld haben, wenn sie einen solchen Wohnwagen fahren. Aber vielleicht ist der Struppelkopf ein Geizkragen und lässt seine Familie hungern. Hallo Kinder. Hallo. Und was ist mit dem Essen? Ich bin so müde, dass ich nicht einmal ein Ei kochen könnte. Überrascht ihr mich mit einem feinen Abendbrot? Na klar. Danke. Sollen wir eine Dose Rindfleisch aufmachen? Vielleicht nehmen wir Erbsen und Pilze dazu. Das lassen wir alle zusammen im Topf brutzeln. Na, gefällt dir das? Na und ob. Von den Trasch bestimmt auch. Hier haben wir noch eine Flasche Apfelsaft. Am späten Abend begann es zu regnen. Trixi ließ die Beine über die Bettkante hängen und blinzelte verschlafen. Es gibt nichts Gemütlicheres, als warm und kuschelig im Bett zu liegen, wenn es draußen regnet. Vor allem müssen wir bald Uli finden. Hey, Brigitte! Die schläft auch schon wie ein Murmeltier. Na nun, was ist das? Eine Frau... Du musst uns zurückkommen, Ehe zu spüren. Wir hätten das nicht tun sollen. Sei doch nicht so töricht. Wir müssen so weitermachen. Es wird keiner erfahren. Ich bin etwas zu spüren. Das gefällt mir. Meine eigene Familie ist gegen mich. Zuerst warst du doch auch dafür. Plötzlich verstummten alle Geräusche. Eine lautlose, gespenstische Stille folgte. Trixi wälzte sich hin und her. Erschöpft und übermüdet sank sie endlich in einen unruhigen Schlaf. Sonnenstrahlen schienen hell durch die Scheiben, als Trixi erwachte. Sie beschloss nichts über die Erlebnisse der letzten Nacht zu erzählen. Sie räumten den Wagen etwas auf, dann pfiffen sie den Hunden, schlossen sie im Wohnwagen ein und gingen zum Erfrischungsstand. Als sie zurückkehrten, war der rote Wohnwagen fort. Tobi! Mensch, Tobi, wo kommst du denn her? Wie kommt der Hund aus dem verschlossenen Wagen? Es war doch alles abgeschlossen. Ach du liebe Zeit, hier unten ist deine Lucke offen. Das müssen wir übersehen haben. Aber nein, ich habe sie bestimmt geschlossen. Fips! Und wo ist Fips? Wahrscheinlich ist der Rubin hinterher gelaufen. Nein, er weiß doch, dass er zu mir gehört. Kommt, wir suchen ihn. Ja, komm. Wo kann er denn sein? Fips! Fips! Fips, wo bist du? Alles Fragen in dem benachbarten Wohnwagen verlief ergebnislos. Um 10 Uhr gaben sie die Suche auf und wenig später fuhren sie ab. Trixi und Brigitte lugten eifrig nach allen Seiten. Siehst du, was ich sehe, Brigitte? Da unter den Bäumen. Ist das nicht der Rubin? Aber ja, das ist er! Wir wollen sowieso dort unten am See picknicken und schwimmen. Ihr könnt ja gleich mal fragen. Vielleicht haben die den Fips gesehen. Brigitte und Trixi stürmten davon. Auf halbem Weg kam ihnen ein Mädchen entgegengelaufen. Sie erkannten Susi. Atemlos hielt sie vor ihnen an. In ihren Armen kuschelte sich, als ob er dorthin gehörte, Fips. Fips, oh Fips! Da bist du ja... Ist er euch nachgelaufen? Ich hab ihn so lieb. Ich hab ihn einfach in unserem Wagen versteckt. Als ich euch gesehen hab... Es tut mir so leid. Wir haben versehenlich eine Luke offengelassen. Nein, aber wir könnten uns sowieso keinen Hund leisten. Ach je, dir tut mir richtig leid. Aber da können wir uns nicht einmüssen. Nach einem ausgiebigen Picknick und ein paar Schwimmrunden im See fuhren sie wieder weiter zum großen Campingplatz Autostadt. Nachdem Fräulein Trasch die Anmeldeformulare ausgefüllt hatte, fuhr sie den Schwan zu dem angewiesenen Platz. Nun ist es wie in einem Ferienhaus. Ach, ich finde alles himmlisch. Du sag mal, was will der Polizist von uns? Keine Ahnung. Entschuldigen Sie, wir haben Auftrag, in allen ankommenden Wohnwagen zu fragen. Wir suchen einen gestohlenen Wohnwagen. Ist Ihnen auf der Straße ein roter Wohnwagen aufgefallen? Mit dem polizeilichen Kennzeichen HHCL 10.000? Tut mir leid, auf Nummern habe ich nicht geachtet. Aber wir haben einen roten Wohnwagen gesehen, einige Kilometer von hier auf dem Picknickplatz am See. Bei der, den wir gesehen haben, ist bestimmt nicht gestohlen. Darin wohnt ein Vater mit seiner Frau und drei oder vier kleinen Kindern. Genau. Nein, dann wird es nicht der gesuchte Wagen sein. In den letzten 14 Tagen sind nun schon vier Wohnwagen gestohlen worden. Wir haben zwar alle in kurzer Zeit wiedergefunden, in Seitenstraßen oder auf verlassenen Plätzen, aber... Sonderbar. Warum stehlen Leute Wohnwagen, wenn sie sie nach kurzer Zeit anderswo stehen lassen? Den letzten Caravan fanden wir ohne Radio, ohne Abwaschmaschine, ohne Eisschrank, ohne Fernseher. Wir nehmen an, dass hier eine Band am Werk ist. Die Besitzer sind ja auch so leichtsinnig. Immer wieder lassen sie die Autoschlüssel im Wagen stecken und gehen für Stunden fort. Na, irgendwie werden wir den Rubin schon finden. Der Polizist tippte an seine Mütze. Offensichtlich hatte vor ein Trasch diese letzte Bemerkung nicht gehört. Trixi und Brigitte starrten sich betroffen an. Konnte es zwei rote Wohnwagen mit dem gleichen Namen geben? Ach, und nun? Scheint gerade so, als ob wir nicht nur Uli suchen müssen. Meinst du, Uli hat seinen silbernen Taufbecher und die wertvolle Bibel noch bei sich? Wo er wohl nachts schläft, ob er inzwischen eine Stellung gefunden hat? Vielleicht im Lager Tannenschlucht? Am nächsten Morgen, gleich nach dem Frühstück, gingen die beiden Mädchen zur Reitschule und borgten sich zwei Pferde. Im leichten Galopp ritten sie einen Waldweg entlang, der schließlich in eine Asphaltstraße mündete. Ah, da konnten sie das Lager ja schon sehen. Um einen See herum standen mehrere Häuser zwischen hohen Tannen. Im Wasser tummelten sich viele Jungen. Hallo, wir wollten zu eurem Lager. Wir suchen einen jungen Uli, heißt er. Wir haben drei Ulis bei uns im Lager. Wie soll er denn aussehen? Er ist rothaarig. Wir haben zwei rothaarige. Ihr könnt wählen. Unser Uli sucht eine Stellung im Lager als Gruppenleiter. Das ist etwas anderes. Ein rothaariger Junge, ungefähr 15, hat vorgestern gefragt, ob er im Lager arbeiten kann. Seinen Namen hat er aber nicht genannt. Ja, das könnte unser Freund sein. Hat er Arbeit bekommen? Leider nicht. Im Augenblick wird hier niemand gebraucht. Er schwang sich gleich wieder auf sein Fahrrad und fuhr weiter in Richtung Hauptstraße. Danke, das hilft dann schon weiter. Wiedersehen. Du, nun wissen wir wenigstens, dass Uli wirklich in einem Lager arbeiten will. Vielleicht ist er im Ochsenhof. Hoffentlich. Da müssen wir morgen unbedingt hinreiten. Du sag mal, müssen wir bei dieser Gabelung rechts oder links hinunter reiten? Taxi, siehst du hier die Fahrradspuren? Vielleicht führen sie uns zu Uli. Stimmt. Du, der Laster kam nicht von der Straße. Er stand dort in der Lichtung zwischen den Bäumen. Was? Hast du den Mann am Steuer gesehen? Er hatte genauso struppiges Haar wie Susis Vater. Und der Beifahrer sah genauso aus wie der Kellner aus dem Restaurant Autostadt, da der mich gestern Abend so unverschämt angerempelt hat. Na hör mal, Trixi. Schließlich haben viele Leute struppige Haare. Und ich finde, dass ein Kellner wie der andere aussieht. Brrrr. Brrrr. Was ist denn? Sie nehmen alle diese Zweige an. Die waren bestimmt Tarnung für den Laster. Wieso? Wie kommst du darauf? Da ist doch ein ganzer Haufen Zweige gestapelt. Und daneben liegt ein altes Tennisnetz, fein zusammengefaltet. Ja und? Ach, verstehst du denn nicht, Brigitte? Sonnenklar! Hier fahren die Laster rückwärts herein. Dann ziehen sie das Netz zwischen die Bäume, stopfen Zweige und Büsche zwischen die Maschen des Netzes und fertig ist ihr Versteck. Kein Mensch ahnt, dass hinter diesem Gebüsch ein Laster steht. Eine geschickte Räuberhöhle. In den Lastwagen befördern sie dann gestohlene Sachen. Wie grässlich. Müssen wir es nicht der Polizei melden? Nein, jetzt noch nicht. Wir kommen ein andermal hier und sehen nach, ob der Laster wieder hier verborgen ist. Stell dir vor, die Männer entdecken uns, wenn wir hier rumsuchen. Nach Bange machen gilt nicht. Im Übrigen bekommen wir Regen. Wir sollten lieber zurückreiten. Komm, na komm. Das kann man ja nicht aushalten, diese Hitze. Ja, warum nehmt ihr denn nicht euer Badezeug mit? Beim Ochsenhof gibt es einen kleinen Teich. Das Wasser wird nach dem Regen frisch und klar sein. Au ja! Am liebsten würde ich den ganzen Tag baden. Aber wir müssen noch Uli finden. Ungefähr eine Stunde brauchen wir für den Ritz zum Ochsenhof. Oh je. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich Uli in keinem der Lage befindet. Ich glaube, er versteckt sich im Wald. Ach, Blödsinn. Vielleicht hat er schon Arbeit gefunden. Zum Teufel ist das eine Hitze. Also los jetzt, Brigitte. Sie preschten davon zum Ochsenhof. Auch hier hatte ein rothaariger Junge nach Arbeit gefragt. Da er aber keine Papiere vorlegen konnte, hatte der Jugendleiter ihn wieder fortgeschickt. Und so ritten die Mädchen wieder davon. Der Pfad mündete in einen ausgefahrenen Feldweg. Ich glaube, wir sind hier auf Privatgrund. Ich höre Hunde gebellt. Hoffentlich kommt er hier nicht angewetzt und macht uns die Pferde scheu. Ruhig, Cäsar. Da kommt er schon. Als Cäsar den Schäferhund sah, scheute er für den Bruchteil einer Sekunde, bäumte sich auf und jagte davon. Wie wahnsinnig galoppierte der sonst so ruhige Prinz mit Trixi hinterher. Der Schäferhund blieb ihnen auf den Fersen. Trixi konnte ihr Pferd kaum mehr bändigen. Aber da mit letzter Gewalt riss sie an den Zügeln. Endlich. Vor einem hübschen Bauernhaus brachte sie ihn zum Stehen. Doch in diesem Moment stieß ein gewaltiger Rabe aus dem Geäst eines Kirschbaumes herab. Mit bösem Krah, Krah, Krah schlug er die Schwingen. Das Pferd bäumte sich auf, raf Trixi ab und raste davon. Jesse! Hierher! Ui, du böser Hund! Wirst du wohl nicht so bellen! Keine Angst, Kleine. Der Hund tut keiner Fliege was zu. Ach, du armes Hühnchen. Ich habe alles mit angesehen. Der Rabe hat Schuld. Dieser schwarze Satansbraten. Warte du, wenn ich dich erwische. Dann landest du im Kochtopf. Hast du dir weh getan, Puttchen? Na danke, mir geht's gut. Aber vor ihrem Liebling, dem Raben, habe ich Angst. Mein Liebling? Ich höre wohl nichts richtig. Mein Mann hat diesen Satansbraten aufgesammelt und ins Haus gebracht. Der Vogel weiß genau, dass ich ihn nicht leiden kann. So, nun komm erst mal mit herein und trink ein Glas Limonade. Na, schmeckt's? Danke. Schokoladenplätzchen habe ich auch. Selbst gemacht. Deine Freundin sammelt draußen noch dein Pferd ein. Mach die Küchentür leise zu, damit die Kinderchen nicht aufwachen. Welche Kinderchen? Die Kinderchen von den Darnels. Ach so, das hätten wir. Ich bin Frau Schmidt. Ah, guten Tag. Frag mein Kind. Na, setz dich. Möchtest du auch einen Schluck Limonade? Oh, vielen Dank. Das fiel sehr nett. Na, dann schenk dir mal einen. Mein Jeh, du bist ja fast so dünn wie die Frau Darnels. Och, das ist ein armes Würmchen. Ja, richtig, Frau Schmidt. Sie wollten mir gerade von den Darnels erzählen. Ja, also wenn ich nicht so dick wäre und so schlecht laufen könnte, dann wäre ich gestern mit zum Boden pflücken auf dem Feld gewesen. Aber so war ich wie immer ganz allein in meiner Küche. Auf einmal stand da ein Mann hinter dem Fenster. Da haben sie sich ja erschrocken und Angst gekriegt. Angst? Warum sollte ich wohl Angst haben vor einem halb verhungerten, langhaarigen Mann? Nein, nein, nein. Ich hatte keine Angst. Ich ließ ihn hereinkommen. Zum Erbarmen sah er aus. Und während ich ihm etwas zu essen machte, erzählte er mir, dass er mit seinem Wohnwagen stecken geblieben sei. Was? Mit seinem Wohnwagen? Ja. Hat er einen roten Wohnwagen? Ja, Kind, woher soll ich das wissen? Er sagte mir nur, er habe den Wohnwagen ausgeliehen, um seine Familie unterzubringen. Er suchte Arbeit auf einem Hof. Also, den Mann hatte uns der Himmel geschickt. Mitten in der Ernte einer Arbeitskraft. Tja, und nun habe ich oben Frau Darniel und die Kinderchen untergebracht. Wir haben doch so viel Platz. Ich hoffe nur, dass die Familie recht lange bei uns bleibt. Aber warum konnte der Mann woanders keine Arbeit finden? Ach, Kinder, entschuldigt. Ich habe ja ganz vergessen, das Baby zu füttern. Frau Darniel ist nämlich mit beim Bodenflüffeln. Ja, und wir müssen schnell nach Hause. Es war sehr gemütlich bei Ihnen, Frau Schmidt. Vielen Dank. Bitteschön. Kommt bald wieder, Kinderchen. Wir müssen Frau Schmidt sagen, dass Darniel den Wohnwagen gestohlen hat. Wir werden zur Polizei gehen. Das werden wir nicht tun, Trixi. Wenn wir die Polizei auf den Mann hätten, kreiden sie ihm vielleicht noch andere Diebstähle an. Die Familie hat Kummer und Sorgen genug. Außerdem glaube ich nicht, dass er den Wagen gestohlen hat. Ich hoffe, du hast recht. Am nächsten Morgen war Trixi schon ganz früh und allein unterwegs. Sie wollte Schmidts Hof und die nähere Umgebung genauer unter die Lupe nehmen. Sie rannte durch den Wald und hielt plötzlich überrascht inne, als sie sich vor dem Versteck des Lastwagens befand. Kein Netz war mehr zu sehen. Zweige und Äste lagen verstreut umher. Trixi rannte weiter. Als sie die Auffahrt zu Schmidts hübschem Bauernhaus erreichte, sprang Lässi ihr bellend entgegen. Frau Schmidt kam weinend angelaufen. Ach Puttchen, wie gut, dass du kommst. Komm herein. Komm herein. Oh Puttchen. Das Bild mit meinen Kindern ist weg und ausgerechnet das Bild in dem schönen goldenen Medaillon. Aber was ist denn geschehen? Das ist alles meine Schuld, sagt mein Mann. Und dass ausgerechnet die kleine, zarte Frau Darnel eine Diebin ist. Warum glauben Sie, dass Frau Darnel das Medaillon genommen hat? Haben Sie sie gefragt? Wie konnte ich sie denn fragen? Vor Tau und Tag haben sich doch alle davon gemacht. Die ganze Familie ist verschwunden. Ja, aber wenn die nur bei uns Unterschlupf gesucht haben, um uns zu bestehlen, warum haben sie denn nicht das Silber mitgenommen? Vielleicht hat sie das Medaillon überhaupt nicht genommen. Vielleicht haben sie es verlegt. Wieso sehe ich denn aus wie eine Frau, die das Medaillon mit dem Bild ihrer Kinder verlegt? Was? Haben Sie schon die Polizei benachrichtigt? Ach nein, nein. Das kann ich einfach nicht tun. Gestern Abend fiel die arme Frau in Ohnmacht, nachdem sie den ganzen Tag bei den Bohnen war. Aber die kleine Susi hat gestern so viel geplappert. Mutti, rate mal, wen ich gesehen habe, hat sie gesagt. Die großen Mädchen sind hier vorbeigeritten. Warum hast du mir denn nicht gesagt, dass ihr die Darnels kennt? Und Susi sagt immer, dass Brigitte einen kleinen Hund hat. Was bedeutet denn das alles? Wir wussten nicht genau, ob es dieselbe Familie war, die neben uns auf dem Campingplatz stand. Darum wollte ich ja wissen, ob der Wohnwagen rot wäre. Erinnern Sie sich? Ja, ja, daran erinnere ich mich. Aber was ist denn das für eine Sache mit dem Hund? Wissen Sie, Frau Schmidt, was ich glaube? Susi hat das Medaillon genommen. Nein, nein, unmöglich. Ein so kleines Kind kann nicht auf den Schrank hinauflangen. Es hat doch auf dem Schrank gelegen, das Medaillon. Und in meinem Zimmer gibt es kein Möbelstück, das ein sechsjähriges Kind vom Platz schieben kann. Das sind alles massive Eichenmöbel. Ach, Puttchen, mach dir mal keine Sorgen. Vielleicht kommen die Darnels ja wieder zurück und alles klärt sich auf. Komm mal heute Nachmittag wieder und bring deine Freunde mit. Es gibt frische Schichttorte und Traubenmoss. Vielen Dank, Frau Schmidt. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir wollen heute nämlich zum Binsenkorb reiten. Zum Lager Binsenkorb? Bei der Hitze? Sag mal, was wollt ihr Mädchen denn in einem Lager für Jungen? Oh, ich muss los, Frau Schmidt. Brigitte und Fräulein Trasch werden sich schon Sorgen machen. Na, dann lauf mal ein Puttchen. Aber sieh zu, dass ihr heute Nachmittag kommt, ja? Es war kurz nach zehn, als die Mädchen zum Lager Binsenkorb ritten. Wie am Vortage summten Fliegen um die Nüstern der Pferde und machten sie sehr unruhig. Unterwegs berichtete Trixi ihrer Freundin die ganze Geschichte von den Darnels. Was ist das für ein Durcheinander? Ich kann mir keinen Fass drauf machen. Mir leuchtet es ein. Darnels mussten flüchten, nachdem Susi erzählte, dass sie uns gesehen hat. Sie werden längst gehört haben, dass man Rubin sucht. Und dann werden sie sich denken können, dass wir das wissen. Sie müssen doch befürchten, dass wir die Polizei benachrichtigen. Aber wie konnten die Darnels das Medaillon mitnehmen, wo Herr und Frau Schmidt so nett zu ihnen waren? Sie wollten es vielleicht ins Pfandhaus bringen. Trixi, die armen Leute rennen direkt in ihr Verderben. Die Polizei sucht den Rubin. Jeden Augenblick können sie geschnappt werden. Hier ist eine Abzweigung. Du mit deinen Abzweigungen. Meist geht es dann immer fein im Kreis herum. Weißt du noch, was Uli damals sagte, als wir es im Wald verort hatten? Klettere auf einen Baum. Dann hast du mehr Aufsicht als im tiefen Tal. Menschenskind, das ist die Masche. Trixi, halt mal meine Zügel. Da steht sogar ein Walnussbaum. Die sind selten hier. Geschickt wie eine Katze, kletterte Trixi den Baum hinauf. Jetzt war sie schon bei der dritten Gabelung. Als sie noch ein Stückchen höher hinaufkam, jubelte sie plötzlich wie von Sinnen. Juhu, juhu, Brigitte. Ich weiß, was das Medaillon gestohlen hat. Komm herunter, Trixi. Komm sofort herunter. Du bist ja verrückt. Nein, nein, hier ist ein riesengroßes Nest. Und wer legt hier seine Eier? Frau Schmitz, geliebter Karlchen Krah. Ich sehe zwei silberne Fingerhüte, drei einzelne Markstücke, einen Schlüssel aus Messing, vier silberne Teelöffel und ein goldenes Medaillon. Da haben wir ja den Dieb. Warte, ich komme runter. Du, Brigitte, nun guck dir das mal an. Zeig doch mal. Sicher ist Karlchen Krah gestern Morgen unbeobachtet ins Wohnzimmer geflogen und hat stibitzt. Menschenskind. Los, Brigitte, lass uns schnell zu Frau Schmidt reiten. Ja, schnell. Guten Tag, Frau Schmidt. Guten Tag, mein Kind. Gucken Sie mal, was ich gefunden habe. Oh, Pottchen. Pottchen, wo hast du denn das gefunden? Im Nest von Karlchen Krah. Oben im Walnussbaum hütet er seine Schätze. Also du meine Güte. Dieser alte Satansbraten hätte ja fast unschuldige Leute ins Gefängnis gebracht. Aber warte, Karlchen Krah. Dieses Mal hat es dich erwischt. Jetzt landest du im Kochtopf. Und ich habe die arme kleine Frau Daniel verdächtigt. So, aber nun greift erst mal kräftig zu. Kuchen und Traumensack. Ja, danke. Vielen Dank. Schmeckt lecker. Ja. Ganz toll. Oh, schön. Ach, Kinder, bin ich froh. Ich konnte es mir ja auch gar nicht vorstellen. Denkt euch mal, heute Morgen kam ein netter, kräftiger Bursche, der Arbeit suchte. Nun haben Sie doch noch Hilfe bei der Bohnenernte. Ja, und er scheint mit der Arbeit auf einem Hof vertraut zu sein. Fein, dass Sie auch diese Sorge los sind, Frau Schmidt. Ja, nicht wahr. Wir müssen ganz schnell aufbrechen. Jede Minute kann es anfangen zu gießen. Es regnete dicke Tropfen. Um den Weg abzukürzen, ritten die Mädchen über Wiesen und Felder. An einem Abhang hielt Brigitte ihr Pferd an. Sie hatte etwas Merkwürdiges bemerkt. Vollkommen eingewachsen von wildem Wein, Birkensträuchern und hohem Unkraut stand da eine alte Scheune. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Ich gehe da nicht hinein, Trixi. Lieber trinke ich hier im Regen. Ach was, keine Angst. Da drin ist bestimmt kein Mensch. Komm doch schon. Ja. Ruhig. Na komm in die Scheune. Da können wir das Gewitter abwarten. Okay. Sieh dir das an. Ein Warenlager. Eischränke, Waschmaschinen, Elektroöfen, Radioapparate. Donnerwetter und da... Bitte sei still, Trixi. Ich glaube, es kommt jemand. Los, schnell da hinauf, auf den Heuboden. Die Leiter ist zum Mord. Sie wird zusammenbrechen. Ich habe Angst. Schnell, sei doch vernünftig. Mit zitternden Beinen kletterte Brigitte die Leiter zum Heuboden hinauf. Trixi folgte. Die alten Holzdielen oben hatten viele Löcher. Vorsichtig schob sich Trixi voran. Sie wischte das Heu beiseite, bis sie durch einen Spalt nach unten sehen konnte. Der Kellner aus dem Restaurant Autostadt stand im Eingang. Ein zweiter Mann drängte sich hinter ihm in die Scheune. Und was ist mit dem rothaarigen Jungen? Der Junge interessiert mich überhaupt nicht. Ich klettere erst mal auf den Heuboden. Ich will wissen, ob der lause Junge wieder da oben ist. Mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Du Blödenmichel. Der Junge ist nicht da oben. Der hat genau solche Angst vor der Polizei wie wir. Los, hol den Wagenheber, den du Dussel hier liegen gelassen hast. Der Lastwagen nutzt uns gar nichts, wenn er mit Plattfuß auf der Straße steht. Hey, pass auf, wen du hier Blödenmichel nennst, Edo. Also, ich habe bald genug von deinen herumkommandieren. Also, halbe, halbe haben wir abgemacht. Halbe, halbe? Dass ich nicht lache. Sei froh, wenn ich dir ein Drittel gebe, du halb Idiot. Du elender Betrüger. Wer hat rumgehorcht, wo die Wohnwagen hinfahren? Mir langt's. Wenn wir den Reifen gewechselt haben, laden wir den Laster voll. Dann fahre ich los. Und wenn ich den Kram verkauft habe, kriegst du deinen Anteil. Und dann ist der Ofen aus, verstanden? Wo ist der Wagenheber? Ich wusste doch, ich habe ihn nicht liegen gelassen, Edo. Siehst du, er ist nicht da. Ich sage dir, der rothaarige Junge hat den Wagenheber aus dem Wagen genommen und die Ventile losgeschraubt. Darum haben wir jetzt einen Plattfuß. Quatsch doch nicht immer von diesem Jungen. Der ist von der Schule weggelaufen und war froh, dass er sich in der Scheune hier verstecken konnte. Kapierst du das immer noch nicht? Der Junge hat was auf dem Kerbholz. Wer von der Schule wegläuft, hat keinen Silberbecher und keine kostbare Bibel bei sich. Hey, da ist doch jemand. Runter da! Ach, sieh mal an! Das reiche kleine Fräulein aus dem silbernen Wohnwagen. Ihr schnüffelt wohl wieder herum. Schlechte Angewohnheit. Euer Kinderfräulein wird kein Geschrei machen, wenn ich ihr sage, wohin sie in Autostadt ein Bündel Geldscheine legen soll. Sie wird auch nicht die Polizei holen. Nicht, wenn ich ihr so eine Strähne von deinem hübschen Haar in einem Brief schicke. Wenn ich sie wäre, würde ich lieber so schnell wie möglich von hier verschwinden. Die Polizei ist nämlich auf dem Weg zur Scheune. Du bist ja mit allen Wassern gewaschen, Mädchen. Die Polizei, dass ich nicht lache. Die Polizei kennt dieses Versteck nicht. Nein, aber Uli, der rothaarige Junge, der die Ventile an ihren Reifen losgeschraubt hat. Er ist unser Freund, der holt die Polizei. Uli? Das hast du dir fein ausgedacht. Ihr kennt ja gar keinen Uli. Aber klar, Sie haben doch den silbernen Becher gesehen, ja? Und was steht drauf eingraviert? Ulrich Anton Frank der Zweite, richtig? Hände hoch. Alles stehen bleiben. Im Eingang der Scheune erschienen zwei Polizisten mit Revolvern in den Händen. Edu stand wie angewurzelt. Langsam hob er die Hände hoch. Sieh nach, ob er Waffen hat. Ich knöpfe mir den anderen Burschen vor. Habt euch wohl ein bisschen in der Wolle gehabt, was? Hände her. Hübsche Armbänder, diese Handschellen, was? Hey, ihr Mädchen, was macht ihr denn hier? Habt ihr die Polizeistation unterrichtet, dass auf der Straße beim Wald ein Laster mit Reifenpanne steht? Nein. Nein, bestimmt nicht. Habt ihr der Polizei gemeldet, dass in der verlassenen Scheune die Wohnwagenliebe stecken? Nein, bestimmt nicht. Nein. Wer zum Kuckuck hat denn die Polizei angerufen? Also, ihr zwei, lauft los. Wir brauchen euch nicht mehr. Im Restaurant Autostadt herrschte Trubel. Jeder war erleichtert, dass man endlich die Wohnwagenliebe gefasst hatte. Aufgeregt erzählten die Mädchen von der Entdeckung des Zeltes. Ihre Erlebnisse in der Scheune verschwiegen sie vorerst. Die Polizei kam wirklich im allerletzten Augenblick. Bestimmt hat Uli die angerufen. Ich hab so das Gefühl. Ich wusste, Uli will das irgendwie fertig bringen. Er kann gar nicht weit weg sein. Du sollst mal sehen. Noch heute Nachmittag finden wir ihn. Ihr seht so müde aus, Kinder. Kommt, ruft die Hunde und legt euch bald zu Bett. Die Hunde. Tobi ist hier. Aber wo ist Fips? Ich weiß nicht. Da kommt er ja angesaust. Hey, wo warst du die ganze Nacht, du kleiner Schurke? Nun lauf doch nicht wieder weg. Fips, hierher. Los, komm, Brigitte hinterher. Lass uns ihn einfangen. Ja. Trixi sauste hinterher den Hügel hinauf. Sie nahm Fips auf den Arm und besah sich die Umgebung sehr aufmerksam. Endlich entdeckte sie unter dichtem Laubwerk am Abhang der kleinen Anhöhe den Rubin. Brigitte, Brigitte, komm schnell. Sieh doch nur. Der Rubin. Das war bei Susi. Da, da kommt schon Frau Darnel. Ach, ihr schon wieder, ihr Kinder. Geht doch weg. Überall spioniert ihr uns nach. Ihr wusstet, dass Susi in den Hund vernarrt ist. Du hast den Hund auf uns gehetzt, damit er euch zeigt, wo unser Quartier ist. Mein Mann hatte eine so schöne Arbeit bei Schmitz. Aber dann kamt ihr. Ach, er wollte so gern die ganze Bohnenernte mit einbringen. Dann sollte der Wohnwagen zurückgebracht werden zu Herrn Lüders. Lüders? Ach, nun weiß ich, woher ich den Rubin kenne. Dolly Lüders ist in meiner Klasse. Sie wohnen auch in Lindenberg. Ach, es ist doch alles aus. Mein Mann hätte das nie tun dürfen, aber vier kleine Kinder und ich immer krank. Eines Abends kam Herr Lüders bei uns vorbei. Er bat meinen Mann ab und zu, ein Auge auf sein Haus zu werfen, während er mit seiner Familie auf Urlaub wäre. Und als er dann hinüberging, um zu gucken, ob alles in Ordnung wäre, fand er in der Garage den Wohnwagen mit dem Auto. Die Versuchung war aber auch zu groß für meinen Mann. Allein konnte er nicht losgehen, Erntearbeit zu suchen. Und ich war zu elend. Da nahm er eben sie und die Kinder mit und borgte sich den Wohnwagen. Alles in der festen Absicht, ihn zurückzubringen. Bevor Lüders zu Hause wären, so war es doch. Ja, aber mein Mann hat sich ja schon lange von der Polizei festgenommen. Aber warum denn? Mein Mann hatte eine alte Scheune entdeckt. Sie war voll Diebesgut. Es ließ ihm keine Ruhe. Er wollte unbedingt zur Polizei die Sache mit der Scheune melden, obwohl wir wussten, dass der Rubin gesucht wurde. Dann hat also Ihr Mann die Polizei auf die Spur gesetzt. Ja, so ist er im Grunde ehrlich und aufrichtig. Im Gebüsch knackte es. Alle drei fuhren vor Schreck zusammen, als ein breitschuldriger Polizist vor ihnen stand. Ich wurde unfreiwillig Zeuge Ihres Gesprächs. Ihr Mann hat also die Polizei benachrichtigt in Sachen Wohnwagendiebstähle. Ja, das war mein Mann. Und er fährt auch den roten Wohnwagen Rubin, den die Polizei sucht. Dort steht der Wagen. Nehmen Sie ihn mit! So nehmen Sie doch den Wohnwagen mit! Sachte, sachte, meine Dame, alles schön der Reihe nach. Die Suche nach dem Wohnwagen Rubin ist eingestellt. Als wir Herrn Lüders melden konnten, dass der Rubin nicht von der Gangsterbande gestohlen worden sei, sagte er, ich weiß schon, ein guter Freund hätte sich für ein paar Tage den Wagen ausgeborgt. Aber jetzt brauchen wir Ihren Mann, kleine Frau. Ganz dringend. Er hat den richtigen Tipp gegeben. Darauf steht eine Belohnung. Das wär's. Guten Morgen. Brigitte und Trixi stürmten durch den Garten auf Schmidts Haus zu. Sie wollten Frau Schmidt alles erzählen. Und dann sahen sie Uli vor der Haustür. Auf Ulis Schulter saß behäbig Karlchen Krah. Uli! Uli! Trixi und Brigitte hier bei mir. Ihr habt es so schnell geschafft, mich zu finden. Ach, sehr schön, euch wieder zu sehen. Ach, das seid ihr ja, ihr Mädchen. Darf ich vorstellen, unser bester Bohnenpflücker. Der, von dem Sie uns heute Morgen erzählt haben, Frau Schmidt? Ja, genau der. Und wir suchen und suchen, wie Idioten. Gab das ein Gelächter und eine Freude. Alle fingen auf einmal an zu reden. Es war wie auf dem Jahrmarkt. Warum können wir nicht alles gemütlich bei Frau Schmidt in der Küche erzählen? Oh ja. Du, Uli, unsere Väter waren auf derselben Schule. Mein Vater will dich adoptieren. Wirklich? Erst einmal muss ich aber die Bohnen fertig abernten. Was denn? Adoptieren? Ja. Nein, nein. Daraus wird nichts. Gerade habe ich einen Jungen gefunden, den ich wie einen Sohn in mein Herz geschlossen habe. Und nun willst du wieder gehen? Daraus wird nichts. Ulrich Anton Frank. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich bin zwar fett und laufe nicht gern, aber ich lese jeden Tag meine Zeitung. Geht mich ja nichts an, warum du von einer halben Million davon gelaufen bist, mein Junge. Aber ich sehe die Schlagzeilen. Großneffe wird Millionenherbe. Uli Frank, du bleibst hier. Das heißt, wenn du willst. Aber vielleicht willst du erst studieren? Ja, ich möchte studieren. Aber in den Ferien komme ich gern. Zum Erntedankfest im Sommer und Weihnachten auch. Wenn Sie mich wirklich haben wollen, Frau Schmidt. Na und ob. Und ich wollte Uli als Bruder haben. Noch am gleichen Abend erhielt Brigittes Vater ein Blitztelegramm. Papa, sofort kommen. Adoptiere Uli. Du kennst Frau Schmidt nicht. Das ist eine temperamentvolle Frau. Wenn du dich nicht sofort entscheidest, schnappt sie dir Uli vor der Nase weg. Das ist eine super-dolle Frau. Das ist ein guter Mann. 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 Ich glaube, es muss mich als Bruder haben. In der Ferien zu Daten auf den comerse, Das ist ein guter Mann. Ich bin sehr guter Mann. Untertitelung des ZDF, 2020